Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um die Frage, wird die Apple Watch Series 3 mit LTE in Zukunft auch bei anderen Mobilfunkanbietern als bei der Telekom verfügbar sein? Viel Spaß, los geht's nach dem Intro. Also, ihr habt euch nun eine Apple Watch Series 3 mit LTE gekauft, so wie ich. Jedoch habt ihr einen Mobilfunkvertrag, zum Beispiel bei O2 oder Vodafone und kommt dort auch nicht so schnell raus. Jetzt versucht ihr euer LTE zu aktivieren, dies funktioniert so leicht erstmal nicht. Um das LTE der Apple Watch zu konfigurieren, müsst ihr in die Apple Watch App unter Mobilfunk und hier oben bei Mobilfunk konfigurieren drücken. Doch bei mir steht, wie vielleicht auch bei euch, O2.de unterstützt Apple Watch derzeit nicht. Was solltet ihr jetzt tun? Also erstmal könnt ihr die Apple Watch Series 3 LTE auch ohne LTE benutzen. Das heißt, ihr benutzt die Series 3 LTE ganz normal wie die normale Series 3. Ihr benutzt einfach diesen Schalter nicht. Euch wird auf dem Watch Face, was extra für LTE angepasst ist, einfach kein Empfang angezeigt, wie ihr das hier seht. Und dann könnt ihr die Apple Watch ganz einfach weiterhin benutzen. Sie kostet natürlich 100 Euro mehr als die Nicht-LTE-Variante, aber ihr seid schon mal vorgerüstet. Denn in Zukunft wird Digital-SIM auch von O2 und Vodafone unterstützt, sodass ihr dann die LTE-Variante auch mit eurem Mobilfunkanbieter nutzen könnt. Denn das Ganze funktioniert natürlich so. In die Apple Watch Series 3 könnt ihr keine SIM-Karte reintun, dafür ist die Uhr viel zu klein. Hier mal eine SIM-Karte als Vergleich. Das ist die Uhr, das ist die SIM-Karte. Also ihr seht, da passt nicht mehr viel, auch wenn ihr hier eine Mikro-SIM-Karte nehmt. Also das passt einfach nicht, aus dem Grund, weil erstens keine Anschlüsse da sind und zweitens muss ja auch die Technik noch irgendwo verbaut sein. Deshalb passt die SIM-Karte da nicht rein. Das heißt, es wird eine Digital-SIM genutzt, die aber nur von manchen Anbietern unterstützt wird. Dafür müsst ihr auf eurem iPhone einen Telekom-Vertrag haben und dann ist Digital-SIM für die Apple Watch automatisch aktiviert. Aber laut meinen Informationen arbeitet O2 zum Beispiel schon daran, eine Digital-SIM verfügbar zu machen, damit die Apple Watch auch benutzt werden kann von den O2-Kunden. Und dann könnt ihr auch als O2 oder wahrscheinlich auch Vodafone-Kunde ganz bequem eure Apple Watch mit LTE auch nutzen. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen, eure Kaufentscheidung zu treffen. Und falls ihr noch weitere Fragen zu Apple Watch Series 3 mit LTE oder auch ohne LTE habt, könnt ihr sie einfach in den Kommentaren stellen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020